So, also pass mal auf jetzt, das ist so ziemlich die heftigste Party dieses Jahr, mega geil, komischer Sound, aber mega geile Leute, alles Gute zum Abschluss. Echter Arm, weil ich fand es so groß, ist geil hier auf jeden Fall. Also mega, mehr geht ja gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt mein erster Absolvia, weil ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin immer noch total geflasht. It's a dream, sag ich nur. It's a dream. Ich komme wieder. Hotel Atlantik, das Ziel steckt in der Name, dass wir hier unsere Absolvia feiern dürfen, ist, glaube ich, das Highlight, was diesem Studium die Krone aufsetzt. Also ich finde die Stimmung jetzt sehr, sehr schön und ich war zu Tränen berührt von der wunderschönen Atmosphäre. Wenn wir uns hier jetzt umschauen könnten, vielleicht können Sie einmal rumschwenken, dann bin ich sehr stolz darauf, dass meine Studierenden bei mir Projektmanagement gelernt haben. Ich glaube, das haben Sie toll gemacht. Vielen Dank. Tolles Buffet, super Auswahl, ich schlage zu. Wie zu viel Auswahl, super lecker. Gut, dass ich vorher ganz viel Sport gemacht habe. Es war ein super toller Abend, ich wünsche euch, es gab viel Erfolg für die Zukunft und viel Glück und viel Spaß. Lebt euer Leben, ihr lebt nur einmal. Ich bin unerlich dankbar, dass ihr alle mitgemacht habt und dass ihr euch alle dabei wart und an einem Streik gezogen habt und dieses Projekt haben möglich gemacht. Ganz schöne Absolvia mit ganz, ganz vielen Leuten, du hattest eine unglaublich schöne Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie mir das bedeutet. Im Endeffekt spricht es doch wieder für unser Semester. Dieser Zusammenhang ist einmalig und ich werde euch wirklich, wirklich gefühlt sind. Dankeschön.